Jetzt ist es noch einmal zwei Tage später, jetzt gehe ich gerade ins Training, fange ich gerade an. Jetzt ist es vier Tage nach der Meisterschaft, habe ich knapp sechs Kilo mehr, wenn man sieht, es wächst von Tag zu Tag, es wird allmassiger, bulliger. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.